Was ist der Opa? Wo kommt mein Gast? Keke! Mau? Mau? Näe? Maikam sagt dies. Öko pappal? Meikam? Ich schock mir da, ein bisschen. Eikam mit auf, kommen mit. Meikam! Meikam. guck, hier trocknet eine Unterlage, guck, ja, am schnellsten. so warst du, ist wie eine Entropie, guck mal, da ist Leckerchen, guck mal, nein, kein Leckerchen? wie konnte du hier wissen, das bars spätten evang thriser. hiys guck i nicht Mach ist gar nicht nur Papa am Computer sitzt, no? Du? Hey, schatzt ihn an die Kacik. Ah, bitte den Kupillen. Juhuah. Na was da? Ah, ja. Wie langsamt, wie langsamt er noch? Ruck nur. Hm? Juhuah, wie langsamt. Ich setz mich wieder an den PC. Okay, Micky? Ja? Tja. Wem wollte ich nicht schwimmen? Heute bleibst du beim Papi. Dann gibt der Papi bei dir. Nun wird doch gefuttert. Nicht mehr gemeckert, dann wird die Gärten. Schmerz, schmerz. Der Opa, herrschmerz. Guten Abend, Micky. Der Opa geht wieder, ne? Null? D D D D D D D Untertitelung des ZDF, 2020